Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life und das am 11.12.2018. Ja, ich dachte mir, nach dem gescheiterten Stream, den ich eigentlich vorhin schon aufgenommen haben wollte, der nicht gut geklappt hat, hab ich mir jetzt gedacht, ähm, zocken wir mal noch eine dreiviertel Stunde Stunde, ein bisschen Half-Life. Und, ähm, ja, beim letzten Mal sind wir bei dem Kapitel stecken geblieben, Energie. Und, ähm, ja, wenn euch die Aufnahme gefällt, lasst einfach ein Like, da einen Kommentar und ein Abo wäre ganz schön. Und natürlich, ähm, ja, ich werde eine dreiviertel Stunde aufnehmen, so ungefähr, und weiter. Da ist ein Votigon, ja. Händen wir mal die hier. Händen wir mal den Revolver. Der Wot-the-fuck, ey, alles zum Einsturz. Sehr schön, beide weg. Au, 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 au. Schön, mit einem Schuss, ey. Ich liebe den Revolver. So, nach lang. Machen wir mal das Maul. Wir schauen uns erstmal hier oben. Oh, wo die ganz... Wir nehmen wir mal, äh, die hier. Läuft. Noch ein paar Schüttel. Ähm, what the fuck. Was ist das für ein Viech, Alter? Dankeschön, ist auch mal tot. Und jetzt kommt dieses... Oh, krack. Genau. Ja, bevor ich schlafen gehe, wollte ich mal zumindest noch eine weitere Aufnahme im Kasten haben. Das wäre ganz cool. Wot the... Oh, Mann. Und ich bin genau gestorben. Leckt mich doch echt fett. So, was? Wir schmeißen da jetzt eine Granate hin. Ah, bewirkt. Vorsicht selber. Ach, ich muss das öffnen. Na, und ich höre schon wieder Gegners. Na, ich höre einen. Ess ihn auf. Hm, jam, jam. Sehr lecker. Da war noch einer. Na, der nimmt mich. Der ist ja wohl hartnäckig, der Typ. Ach, du meine Güte. Nehmen wir mal die hier. So, du Arschloch. Und jetzt bist du dran. Stehen von hier. Ja, schön. Irgendwo ist doch hier... Ja, ich hab's gewusst. Drecksteil. Oh, das war kaputt. Ist hier noch so eins? Ne. Erstmal... Guck mal, was hier ist. Ne, Schrotflinte. Ne, Schrotflinte. Bisschen Munition. Waffe wechseln. Nehmen wir die hier. Die ist die bessere. Na, ich sehe schon. So, und jetzt mache ich das hier. Kommt mal her. Aber ich mache das mal kaputt, bevor da einer drauf schießt und ich selber draufgehe. Ich gucke aber erst mal, ob ich hier irgendwo Heilung finde. Ja, hier unten. Nice. Na, ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Und auch noch hinter mir. Lecko mio, ey. Und wo fange ich an? Natürlich hinten. So, das war echt einfach nur mies. Das war echt einfach nur richtig dämlich von mir. Das war echt von dämlich. Aber komm. Doof, wir schissen. Das macht ihr einfach mal platt. Und dann noch so ein Pisser. Ja, da oben. So, Arschloch. Und jetzt mache ich nicht platt. Mann, ey, ist das eine Scheißstelle. Weck mich doch am Arsch. So, dann gehe ich jetzt hier hin. Ich werde mich heilen. Und dann mache ich diese Pisser endlich mal platt. Die gehen mir richtig auf den Keks gerade. Das ist mal safe. So. Und das knüpfe ich mir die mal vor. Diese Säcke. Erstmal hier. So, Heilung. Das mache ich natürlich mal kaputt hier. Ach, hier ist die Energie. Schön. So, hier war der anscheinend. Sich versteckt. Da müssen wir weiter gucken. Hm. Da jumpe ich drüber. Shit. Alter. Wie viel halten die aus, ey? Das ist doch unmenschlich. Was? Jetzt reicht es mir echt. Jetzt nehme ich meinen Revolver. Mit einem Schuss weg. Du bist doch so ein Spaß, du Scheißgegner. Ich warte jetzt mal hier. So. Und jetzt knüpfe ich mir dich vor. Es ist doch... Was mache ich da eigentlich? Kann doch nicht so schwierig sein, wenn ich hier mache. Nee. Ich lasse den erstmal kommen. So, tot. Mal safe. Tod. Tod. Meine Fresse. Na, fuck. Einfach nur fuck. Einfach nur mal bitte sterben. Es wäre sowas für freundlich. Und verfeile dich. So, tot. Rot ist da weggegangen, wenn eben's. Erstmal will ich jetzt hier diese ganzen Gegner beseitigen. So, das waren jetzt bitte hoffentlich alle. Ich gucke nochmal vorsichtig selber, ne? Erstmal nochmal das hier weg. So. Dann werde ich jetzt erstmal alles durchsuchen. Nach Munition, Heilung. So, hier ist nix. Okay. Magazin gefunden. Dann... Hier. Heilung. Heilung. Und jetzt hier. Dann muss ich nochmal den Tank hier mit. Sehr schön. Okay. Dann können wir jetzt mal... Save? Ähm... Ach, nö. Ach, nö. Nicht ihr. Sonic Boom 4. Aber ich hab gar keinen Bock drauf. Und sind sie noch reingelaufen? Ja. Oh man. Dämlich kann man nicht sein, wa? Kommt her. Put, put. Ja, genau das wollte ich bezwecken. So, tot. Tot. Ich gucke mich hier nochmal um. Nö, aber es sieht so leer aus. Nö, hier ist nix. Nö, hier ist nix. Ein Headtrap. Und Bombs. Das schon hinter mir ist irgendein Zombie. Ja, Zombie. So, wir müssen das nämlich jetzt befreien. So, jetzt müssen wir nach oben. Ich kenne ja die Stelle noch. Ich nehme mich auch noch mit. Und das ist perfekt. So. Waffen wechseln. Und... Bitte. Ich glaube, das ist der Revolver am besten. Auch schon im zweiten Teil ist der sehr, sehr gut. Ja. Das weiß ich. Dankeschön. So, wenn wir den nochmal runter. Und jetzt seid ihr Spasten definitiv dran. Fangen wir sehen. So. 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 So.